Wenn es mal kracht mit Ihrem Auto, dann ist Ärger häufig vorprogrammiert. Wäre es nicht schön, wenn Ihnen das jemand abnimmt, in dem Sie stressfrei einen Ersatzwagen erhalten und letztlich ein sauber instand gesetztes Fahrzeug zurückbekommen? Genau das macht die Regental Autolackier GmbH in Nittenau. Der Betrieb um Jürgen Grande ist Partnerbetrieb vieler Versicherungen. Hier erfolgt die komplette Abwicklung Ihres Unfalls mit Hohl- und Bringservice sowie mit kostenlosem Ersatzwagen bei einem Kasko-Schaden. Das Beste, die Abwicklung erfolgt ganz flexibel nach Ihren Bedürfnissen in einem Komplettpaket. Sie kümmern sich also weiter um Ihren Job und die Regental Autolackierung übernimmt den Rest. Getreu dem Motto, wir leben Autos. Als Geschädigter bleiben Sie so mobil und zwar ohne Kosten für Sie. Und so geht's. Wir holen Ihr Fahrzeug am Unfallort ab und stellen Ihnen ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung. Dann nimmt ein Gutachter Ihren Schaden auf und leitet das Gutachten an die Versicherung weiter. Zwischenzeitlich werden im Betrieb Ihre Originalteile bestellt und die Reparatur kann beginnen. Neue Teile werden grundiert und anschließend in der Kammer einbrennen lackiert. Zum Schluss erfolgt die Endmontage der Teile sowie die Spur- und Achsvermessung inklusive Überprüfung Ihrer Reifen und Ihrer Klimaanlage. Und schon erhalten Sie Ihr Auto endgereinigt mit unserem Bringservice wieder zurück. Natürlich mit voller Teilegarantie. Am besten gehen Sie mal auf diese Website oder rufen gleich Jürgen Grande an. Übrigens, die Regental Autolack GmbH in Mittenau repariert nicht nur Ihre Karosserieschäden, sondern auch alle anderen Schäden mit Originalteilen an Ihrem Auto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017